Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich schon Falknell gesehen! Kalypso! Die beste Limonade in Amerika! Monte Carlo! Kalypso Kiwi Lemonade und Kalypso Triple Melon! Geschmack! Also ich zähle jetzt mit Augen zu, welche... also ich mache Augen zu jetzt und dann gucke ich, welchen ich probiere. Guck ich zwei, aber als erstes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kiwi Lemonade! So sieht das Prachtstück aus! Ich habe mich so cringe mit Ananas! Ich bin nicht so Hunger als Ananas! Zitrone! Ach, das... Ach, das hat sich geil angehört, Mensch! Jetzt rieche ich ihn mal! Ach, das riecht aber geil! Das riecht halt echt geil! So... Oh, das ist aber sauer, ehrlich! Aber schon geil! Ja, oh, ja! Ich misse sogar Staub! Und dann teste ich den... den! Guck, wie geil der aussieht! Richtig pink! Richtig Sommerfarbe! Aber wir Herbst haben! Plattwister am Herbst! Ja! Ja, ich bin dumm halt, ne? Okay! Und geht! Und geht nicht der Beste! Ich habe private blauen mal getrunken, den blauen Kalypso! Der blaue Kalypso! Meine Fresse, war da geil, ey! Okay! Der geht! Also, der geht! Ich kann echt der Sohn für Junkfood-Guru sein! Ganz ehrlich! Oh! Lasst einen Like da, wenn ihr Junkfood-Guru kennt! Ich mag den! Und jetzt testen wir Kalypso! Triple Melon! Lemonade! Taste of the Islands? What the hell? Ah! Yeah! Islands! Oh, der riecht aber richtig geil! Oh, der riecht echt gut! Oh, ne! Doch nicht! Das riecht so ein bisschen nach Erdbeere und das riecht ja richtig nach Zwiebeln! Ich glaube, der wird nicht schmecken! Aber wir probieren ihn! Haha, yeah! Yeah! Und ich muss dann kurz gucken, wie viel Zucker da drin hat! Beim anderen guck ich auch! Oh! Äh, ja! Äh, 11 Gramm! Und der... Oh! Der hat auch 11 Gramm! Der riecht halt echt nach Ananas und Zwiebeln so ein bisschen! Ich glaube, der schmeckt nicht! Oh! Ekelhaft! Das schmeckt ja überhaupt nicht! Ihhh! Ich kotze gleich! Der schmeckt nach Zwiebeln und Ananas! Genau wie der riecht! Nee, der schmeckt nicht! Nee, der schmeckt nicht! Fand ich tausendmal besser! Der! Der ist ekelhaft! Digga! Amerika! Was hast du mit mir gemacht? Der ist ja ekelhaft! Wirklich! Ich probiere noch einen Schluck, dann... Mein Vater kann das trinken! Das schmeckt einfach nicht! Uah! Ekelhaft, wirklich! Oh! Nee! Jetzt schmeckt es noch! Oh! 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 Jetzt kann man den Vater trinken! Das ist so ekelhaft! Ich kotze gleich! Lass ein Like da! Abonniert meinen Kanal! Und... Ciao! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020